hallo meine lieben freunde ich grüße euch wieder aufs herzlichste aus dem süden österreichs klagenfurt ganz liebe grüße freue mich dass wir diesen abend wieder haben dürfen technik sollte wieder funktionieren wir hoffen dass wir gut durchkommen ja danke gerade für diese nachricht auch dass auch die post funktioniert zwischendurch auch wenn etwas verspätet aber doch gut ich freue mich dass wir heute unser thema wieder weitermachen können ihr seht es an der überschrift wir werden heute einen weiteren aspekt aus dieser prophezeiung des propheten elia aus malachie 3 22 und 23 uns ansehen wie schon in meinen vorherigen themen angekündigt und aufmerksam gemacht haben wir es hier mit einer prophezeiung zu tun die man nicht in einer stunde abhacken kann und ich es auch nicht tun möchte sondern die eigentlich eine möglichkeit in sich birgt dass man das ganze alte testament auf der basis auf der grundlage dieser prophezeiung studieren könnte und wir werden auch quer durch das alte testament gehen um die wirklichen zusammenhänge dieser prophetie die die letzte im alten testament ist doch richtig im gesamten alttestament und dann auch im neutestamentlichen rahmen irgendwo zu sehen das leiden des elia musste das so sein dass eine frage der wir heute nachgehen werden es hat auch damit zu tun dass wir üblicherweise im christentum eigentlich immer nur von vom leiden jesus sprechen vom leiden des messias das sein musste zur lösung der menschen und zur wiederherstellung aller dinge die durch die sünde verloren gegangen sind das leiden des messias war prophezeit auf das weist man immer wieder hin und weil es auch eine aussage von jesus gibt eine einzige die man von ihm kennt dass die die nach seiner auferstehung von ihm ausgesprochen wurde dass dieses leiden so sein musste nun haben wir das letzte mal schon etwas angedeutet habe ich auch für eine prophezeiung aufmerksam gemacht oder auf eine aussage jesu wo jesus sein leiden auch mit dem johannes dem täufer in verbindung bringt und wo es offensichtlich dann wo es offensichtlich auch davon spricht dass auch darüber etwas geschrieben stand und damit wollen wir uns heute näher beschäftigen und ich darf euch wieder einladen dass wir mit einem gebet bei diesem wichtigen thema auch heute abend beginnen lieber vater im himmel wir sind dir von herzen dankbar wieder dass wir diesen abend hier wieder gemeinsam erleben dürfen dass du uns die möglichkeit schenkst über diesen weg der technik in verbindung zu sein und dass wir dein wort betrachten dürfen dass wir ein studium deines wortes gemeinsam tun dürfen und wir wollen dich wieder bitten dass du alle störende fern hältst dass du unsere gedanken längst dass du jeden einzelnen der zuhört auch die rechte konzentration schenkst und dass du uns hilfst die dinge die zusammenhänge die du uns vermitteln möchtest und die in deinen worten offenbart sind dass wir sie recht verstehen rüste uns aus mit der kraft des heiligen geistes und lass ihn unser lehrer sein der uns durch diesen abend wieder führt hab dank für deine gegenwart und für deine hilfe in jesu namen amen gut also wir starten in unser thema und zwar vielleicht mit einer kleinen wiederholung vom letzten mal nur ein paar stichworte wir haben uns letztes mal mit der frage beschäftigt wie haben die juden damals zu ihrer malachi 3 22 diese prophezeiung des propheten elia verstanden und wie verstand sie jesus die einen haben auf einen buchstäblichen messias gewartet jesus hat aber offensichtlich sehr deutlich diese prophezeiung im symbolischen sinn verstanden er hat diese prophezeiung mit johannes dem täufer in verbindung gebracht und die aussagen die wir gelesen haben auf die wir auch heute da und dort noch zurückkommen werden haben eindeutig darauf hingewiesen dass jesus im propheten elia schon die erfüllung oder impro im propheten kann man ja auch sagen der prophet johannes obwohl es nicht üblich ist dass wir von johannes als einen propheten sprechen und doch hat jesus von johannes als den größten aller propheten gesprochen die es gegeben hat noch dass diesen text werden wir uns noch anschauen und er hat in dieser in diesen propheten die prophezeiung des elia in erfüllung gesehen bis es aber zur erfüllung kam zwischen malachi und dem auftreten des johannes dem täufer und diese prophezeiung die sich dadurch erfüllt hat haben wir das letzte mal gesehen dass es prinzipiell etwa 400 jahre etwas über 400 jahre vergangen sind dass sich diese prophezeiung erfüllte 400 jahre eine prophetenlose zeit die eigentlich gott nicht ganz sicher nicht haben wollte wenn wir das alte testament studieren dann gab es genügend verheißungen die in die richtung gegangen sind dass gott dem volke israel immer prophetische gabe und eine prophetische führung verheißen hat aber wir haben das letzte mal auch gesehen dass er auch vorausgesagt hat dass eine zeit kommen wird wo er einen die propheten nehmen wird und das war diese lange zeit wo sie dann ohne propheten auf die zukunft warteten und eigentlich nicht mehr wussten was da wirklich noch auf sie zukommt nach 400 jahren sandte gott den engel gabriel der schon dem daniel die zeitweissagung über diese prophezeiung gebracht hat über diese lange zeitdauer die vergehen würde die 70 wochen und 62 wochen die wir im alten testament im zahne 9 24 haben und gabriel erscheint dem zaharias im tempel und hat ihm die geburt seines sohnes angekündigt auf den er gewartet hat und und dann den er auch gebeten hat und in dieser prophezeiung haben wir gesehen wurde angekündigt dass dieses kind im geist und in der kraft des elia dem herrn vorangehen wird um in dem weg zu bereiten auch diese prophezeiung also durch den engel gabriel angekündigt deutet darauf hin dass hier nicht der buchstäbliche elia kommen sollte und diese weissagung aus dann aus malachi 23 22 sich so erfüllen sollte sondern dass es eine geistliche erfüllung sein für sollte aber dann heißt es hier sie taten mit ihm was sie wollten und jesus hat noch etwas dazu gesagt und da schlagen wir den text noch einmal auf in markus kapitel 9 wo er seinen jüngern als sie vom verklärungsberg heruntergekommen sind eben diese antwort gegeben hat in markus kapitel 9 vers 12 er aber sprach zu ihnen ja zuvor kommt elia und bringt alles wieder zurecht und wie steht geschrieben von des menschensohn dass er viel leiden sollte und verachtet werden aber ich sage euch elia ist schon gekommen und sie haben an ihm getan was sie wollten wie von ihm geschrieben steht das ist die aussage und ich habe euch das letzte mal eigentlich eine aufgabe gegeben habe ich gebeten in der bibel im alten testament nachzuschauen ob ihr dort eine solche prophezeiung irgendwo etwas findet im alten testament wo geschrieben steht dass der messias oder nicht der messias von dem wissen wir dass es einige texte gibt dass er leiden sollte aber wo eben im alten testament ein text steht dass auch der elia der vorläufer der wegbereiter der da angekündigt wurde leiden sollte und sterben sollte also dass sie dasselbe mit ihm machen würden in ähnlicher form hier wie sie es auch dann mit jesus getan haben jesus sagt wie von ihm geschrieben steht und sehe hier im chat eine frage wo war der text ja aber das war eigentlich die aufgabe für die die das letzte mal zugehört haben wo wir diesen text finden ja markus 9 12 und 13 das ist das was jesus hier sagt aber jesus sagt wie von ihm geschrieben steht und wenn im neuen testament steht wie von ihm geschrieben steht dann sollten wir das im alten testament irgendwo finden denn alle aussagen die wenn wenn von jesus gesagt wurde dass an ihm etwas getan wurde wie von ihm geschrieben steht dass sich erfüllt hat was geschrieben steht dann wurden da immer bezüge zum alten testament hergestellt und wir werden das dann im laufe unserer themen die wir dann auch noch weiter führen werden wenn wir vom leiden jesus sprechen werden werden wir uns diese themen diese texte natürlich dann anschauen aber jetzt würde mich interessieren hat jemand von euch während der vergangenen woche noch daran gedacht vielleicht irgendwo im alten testament seinen text zu suchen wo von dem leiden und von dem von der von dem stehen würde dass sie mit dem wegbereiter tun würden was sie wollten ähnlich wie sie das mit jesus gemacht haben denn da steht ja auch dann dass jesus dem willen des volkes übergeben worden ist dem willen des pilatus und das volk dann mit ihm gemacht hat was sie wollten würde mich interessieren ob da jemand von euch auf seinen text gekommen ist aber scheinbar offensichtlich hat da jeder wenn er wenn euch die aufgabe gemacht hat die mühe werdet ihr wahrscheinlich keinen text gefunden haben wo das so konkret steht also ich könnte euch auch keinen text zitieren wo da so ganz konkret darin steht dass der wegbereiter der da kommen soll irgendwo ein eine leidensgeschichte erleben würde was aber steht von johannes dem täufer ja da kommt jetzt eine erklärung erster könig 19 14 habe ich habe ich aber von dir also das ist ein hinweis den ich da und dort vielleicht schon einmal gegeben hat da lassen wir es einmal das ist im zusammenhang mit dem elia jedenfalls auch dieser text wenn wir dort lesen dann steht dort höchstens etwas vom leiden des ersten elia aber nicht vom leiden des zweiten elia von johannes dem täufer und von dem spricht der jesus hier dass ihm das so gehen wird ich kann euch nur texte zeigen wo er angekündigt wurde dass er kommen würde wo sein wirken angekündigt wird aber nirgends in diesen texten steht habe ich da etwas gefunden vom leiden des elia wenn wir wieder zurückgehen zu malachi 3 23 das ist der erste text den wir jetzt bisher immer betrachtet haben der also das kommen des elia ankündigt und gleichzeitig auch sein wirken ankündigt da steht aber in diesem text wo da sein kommen angekündigt wird kein wort von einem leiden von einer verwerfung des des elia so wie es zu einer verwerfung jesu gekommen ist ganz im gegenteil hier steht er wird das herz der väter bekehren zu den söhnen und das herz der söhne zu den vätern also hier ist von einer bekehrung die rede die johannes tun wird und da steht hier ganz in einer bestimmten form nicht also wenn als eine wie eine absolute prophetie dass das auch so sein wird und wir müssten uns die frage stellen na wie viele herzen hat er denn wirklich bekehrt johannes dem täufer der täufer wie viele menschen also gesandt geworden auch von gott zu taufen nicht nur zur verkündigung sondern auch zum taufmesser gesandt worden denn das ist ja eine erklärung die wir auch im neuen testament dann finden werden schlagen wir vielleicht dazu gleich lukas 3 auf lukas 3 da steht hier auch die ganz genaue zeitangabe wann dieser johannes der täufer aufgetreten ist und aus dieser zeitangabe können wir auch historisch berechnen wann dann auch jesus aufgetreten ist denn in dem jahr von dem hier die rede ist wo johannes aufgetreten ist und wo er den befehl von gott empfangen hat an den jordan zu gehen da kam er dann auch jesus an den jordan genau in diesem jahr und da heißt es hier wenn wir von lukas 3 weg lesen im vers 1 bis 3 zunächst einmal in dem 15 jahr der herrschaft des kaisers tiberius ein krömischer herrscher da pontius pilatus landpfleger in judäa war und herodes vierfürst in galiläa und sein bruder philippos vierfürst in ituräa und in der landschaft trachonitis und lysania als vierfürst zu abelene da hannes und keifers hoher priester waren da geschah der befehl gottes an johannes des saharias sohn in der wüste hier ist von einem buchstäblichen befehl gottes die rede wir lesen aber nirgends in der bibel wie dieser befehl gelautet hat genau oder so irgendwo sondern aber da ist ein text wo ganz konkret beschrieben steht dass der johannes einen befehl gekommen ist wie er den bekommen hat wird nicht näher beschrieben und er kam in das ganze land im vers 3 um den jordan und predigte die taufe der buße zur vergebung der sünden das ist eine besonderheit die hier von johannes beschrieben wird nirgends im alten testament war angekündigt dass dieser elia menschen taufen wird dabei ist das ja etwas außergewöhnliches gewesen allerdings ist es so das sollten wir vielleicht auch erwähnen in diesem zusammenhang johannes war nicht der erste der hier eine taufe durchgeführt hat man weiß aus der jüdischen tradition dass schon vor johannes dem täufer in dieser zwischendestamentarischen zeit wo es keine propheten gegeben hat die juden eine art taufe eingeführt haben die aber nicht so ausgesehen haben dürfte wie die des johannes aber es war eine art taufe dass man die leute mit wasser besprengt hat also nach informationen die ich da gefunden habe aus den jüdischen taufpraktiken der damaligen zeit hat man hier leute mit wasser einfach besprengt da ist ja auch im alten testament von besprengung mit wasser die rede dem hezekiel gibt es einen text und das dürften sie vielleicht so gemacht haben während den johannes dann aber doch im jordan gegangen ist und dort wo viel wasser war die leute richtig untergetaucht hat und es ist nicht sicher ob das die juden vorher schon so machten jedenfalls johannes hat da etwas außergewöhnliches auf alles wille gemacht was aber nicht unbedingt in der prophetie so verankert war das heißt zu seiner verkündigung hat er hier von gott auch den auftrag bekommen diese verkündigung zur buße die menschen zu rufen das ganze dann auch durch die taufe irgendwo sinnbildlich zum ausdruck zu bringen und dass die leute durch die taufe hier ein zeichen ihrer bekehrung von sich geben können nun die frage wie viele menschen hat denn johannes der täufer getauft und wenn man jetzt taufe auch gleichsetzt mit bekehrung denn offensichtlich hat johannes nicht einfach die leute einfach so hineingetauft sondern wir haben ja das letzte mal schon davon gesprochen und hier in lukas kapitel 3 ja gelesen dass johannes die leute natürlich schon zur umkehr gerufen hat und gesagt hat also denkt nicht wenn ihr da jetzt einfach ins wasser steigt und euch taufen lasst dass ihr dann schon praktisch wiedergeboren seid und das reichgottes aufgenommen werden könnt und ewiges leben haben könnt sondern er hat sehr wohl davon gesprochen im vers 8 lesen wir das hier seht zu tut rechtschaffene früchte der buße und nehmt euch nicht vor zu sagen wir haben abraham zum vater denn ich sage euch gott kann dem abraham aus diesen steinen kinder erwecken also johannes war sicher nicht der der einfach so alle leute die da irgendwie gekommen sind einfach ins wasser getaucht hat ohne ihnen verständlich zu machen dass taufe hier auch eine verantwortung bedeutet und dass eine bekehrung eine buße vorausgehen sollte oder ihr zumindest folgen sollte Nun ich weiß nicht ob ihr euch schon einmal die frage gestellt habt ob man irgendetwas finden kann wie viele menschen johannes auch wirklich getauft hat die anzahl ist nirgends gegeben so wie zum beispiel in der apostelgeschichte wo es heißt an einem tag 3000 menschen wurden getauft so etwas finden wir aus der geschichte von johannes dem täufer nirgends aber es gibt einen einen text der eine idee gibt wie viele menschen da tatsächlich gekommen sind schlagt auf in markus kapitel 1 in markusevangelium kapitel 1 und hier der vers 5 gibt uns da einen ganz interessanten hinweis markus 1 5 oder vom vier weg ja vielleicht da heißt es auch johannes der täufer war in der wüste und predigte die taufe der buße zur vergebung der sünden und es ging zu ihm hinaus das ganze jüdische land und alle leute von jerusalem und bekannten ihre sünden und ließen sich von ihm taufen im jordan also wenn man den text liest und ihn einfach so stehen lässt wie er hier steht dann bekommt man hier den eindruck vermittelt dass praktisch das ganze jüdische land alle einwohner von judea und auch alle einwohner von jerusalem hinausgegangen sind zum johannes dem täufer und ließen sich von ihm taufen ich weiß nicht ob man das wirklich so verstehen kann geschrieben ist es offensichtlich so jedenfalls ist das ein hinweis wir reden ja manchmal auch wenn da eine große versammlung irgendwo stattfindet in einer stadt dann reden wir vielleicht auch mal weil er die ganze stadt ist da draußen wesen damit meint man doch wirklich nicht dass jeder einzelne draußen war und wahrscheinlich wird es auch hier so sein denn wir wissen aus der praxis der der geschichte dann wie jesus dann gekommen ist und angefangen hat zu predigen da hat es doch nicht wahrscheinlich so viele leute gegeben die wirklich von johannes gedauft waren worden sind aber es mussten sehr trotzdem sehr viele gewesen sein aus dem ganzen lande aber die frage stellt sich vielmehr waren das dann alles wirklich bekehrte menschen haben die wirklich dann früchte der buße gezeigt wenn das der fall gewesen wäre und sie dann und diese taufe eine taufe war die wirklich den wo den menschen wirklich den tieferen sinn verstanden haben was er eigentlich bedeutet eine taufe zur vergebung der sünden aber gleichzeitig eine taufe die menschen dazu vorbereiten sollten dass sie dann die botschaft jesu dass sie jesus als den annehmen auf den johannes den täufer ja hingewiesen hat als der der kommen sollte der messias der könig israels und da merken wir als jesus dann auftrat muss man sich fragen wo waren dann all diese leute die hier offensichtlich doch in einem bestimmten massen getauft worden sind sie sind nicht alle offensichtlich zu dem hingegangen auf den johannes hingewiesen hat auf den messias hin getauft aber doch nicht wirklich bekehrt das war damals möglich bei johannes dem täufer das war früher bei oder später dann bei den aposteln offensichtlich möglich und das ist sicherlich auch heute noch möglich die taufe sagt auch also in dem fall eigentlich nichts aus johannes hat auch deshalb gesagt ich taufe euch nur mit wasser aber der nach mir kommt der wird mit dem heiligen geist taufen und mit dem feuer und solange jemand nur mit wasser getauft wird und sich damit begnügt aber sich nicht dafür interessiert oder nicht sich damit beschäftigt aber was meinten das wie kann man denn auch mit mit feuer getauft werden oder mit dem geist getauft werden der wird wahrscheinlich dann auch die wassertaufe nicht wirklich richtig verstanden haben wahrscheinlich werden es sehr viele gewesen sein die damals auf diese art und weise getauft worden sind jetzt wenn wir jetzt hier sagen so viele menschen wurden getauft dann haben wir auch konkret hinweise wie viele ihm dann auch wirklich geglaubt haben schlagt auf in lukas 7 wie es damit stand was hier beschrieben stand was hier geschrieben steht wer ihm geglaubt hat und wer sich auch taufen ließ und wer nicht lukas 7 eine sehr interessante stelle lukas 7 vers 29 und 30 da ist auch von johannes dem täufer die rede wir werden dann später noch auf diese stelle zurückkommen und da heißt es hier ab vers 28 vielleicht ich sage euch dass unter denen die vom weibe geboren sind kein größerer ist als johannes der aber der kleinste ist im reich gottes der ist größer als er das hat jesus den volk damals gesagt von johannes dem täufer noch im nachhinein als johannes gar nicht mehr gelebt hat und dann heißt es hier und alles volk das sind hörte und die zöldner gaben gott recht und ließen sich taufen mit der taufe des johannes da habt ihr wieder eine interessante aussage die lukas hier beschreibt wo er sagt alles volk das ihn hörte also da haben wir schon eine einschränkung die wir machen könnten kann können nicht alles volk hat ihm gehört aber die das volk das ihn gehört hat und darunter waren auch zöllner die gaben gott recht seine interessante aussage worin haben sie gott recht gegeben warum ist es überhaupt notwendig gott recht zu geben hat worin hat johannes dem der täufer in seiner verkündigung dem gott oder den menschen anlass gegeben gott recht zu geben und sich taufen zu lassen mit der taufe des johannes das kann nur damit zu tun gehabt haben dass johannes der den auftrag hatte den menschen auch zu sagen was sünde ist und dass sie mit einem gewissen leben mit einem gewissen verhalten als sünder vor gott stehen dass die leute dann wenn sie sich taufen lassen wollten gott recht geben wollten und gott recht geben mussten wenn er sagt was sünde ist das heißt das ist eine wichtige aussage auch für uns heute das heißt wenn wir uns von gott sagen lassen was sünde ist und wenn wir bereit sind diese sünde einzugestehen und sie zu bekennen aber dann auch zu lassen und früchte der buße zu tun dann geben wir damit gott recht das bedeutet wir rechtfertigen damit gott wir rechtfertigen sein gesetz und wir geben ihm recht in dem was er über uns sagt wie er uns beurteilt ein mensch der sagt ich bin ja kein schlechter mensch ich habe keine sünde also wegen mir muss da niemand sterben nicht so wird das ja zum ausdruck gebracht immer und das wird auch auf jesus bezogen sehr oberflächlich geht man damit um also was sollten schon schlecht sein was sollten schon verkehrt sein ich bringe niemanden um mich töte niemanden ich stehe nicht durch bringe ich auch mache auch keine ehebruch also bin ich eigentlich kein sünder wenn man aber die bibel ist dann wird man gleich drauf kommen wenn man sich diesen spiegel richtig vor augen hält wie schmellen man da überzeugt wird was alles sündhaft sein könnte in unserem leben was wir oft so einfach von uns tun ja jedenfalls die menschen haben offensichtlich auch gott recht gegeben und sich taufen lassen also vom volk her scheinbar wird das hier so zum ausdruck gemacht war das doch nicht sehr oberflächlich nach dieser aussage aber wenn wir später darauf hinkommen und fragen ja wo sind dann die leute alle hingegangen warum man sie dann jesus nicht angenommen ist die sache wahrscheinlich schon wieder anders aber dann steht im vers 30 aber die pharisäer und schriftgelehrten verachteten was gott ihnen zugedacht hatte nämlich auch vergebung ihrer sünde buße und bekehrung und annahme bei gott zu dem ja johannes der täufer die menschen aufgerufen hat sie verachteten was gott ihnen zugedacht hatte zu ihrem heil ja wäre das gewesen und ließen sich von ihm nicht taufen vielleicht haben sie sich da vielleicht haben sich manche menschen die pharisäer und schriftgelehrten die haben sich sicher nicht von irgendjemandem taufen lassen aber das volk damals nicht von den juden eben als proselyten wurden ja solche leute getauft von von den priestern und so weiter aber die pharisäer haben sich hier nicht taufen lassen das zeigt sie haben einfach die botschaft des johannes des täufers abgelehnt und haben damit auch verworfen und durch ihr beispiel können wir natürlich annehmen dass auch viele dann angst hatten sich zu johannes dem täufer auch zu bekennen und das steht auch hier wenn wir matthias 21 aufschlagen da lesen wir etwas über schon etwas über das der schicksal des johannes des täufers das er letztendlich hatte wie man mit ihm umgegangen ist und da kommt der jesus kurz vor seinem tod ihn bei einer besonderen gelegenheit so auf diese situation zu sprechen dass die schriftgelehrten und pharisäer dem johannes nicht geglaubt haben dass ihn abgelehnt haben und seine und sich nicht taufen haben lassen da erinnert jesus also damals kurz vor seinem tod nach dem einzug in jerusalem die die tempelreinigung gemacht hat da steht dann im vers 23 also in matthias 21 vers 23 und als er in den tempel kam und lehrte traten zu ihm die hohen priester und die ältesten im volk und sprachen aus was für vollmacht tust du das und wer hat dir die vollmacht gegeben jesus aber antwortete und sprach zu ihnen ich will euch auch ein wort fragen wenn ihr mir das sagt will ich euch auch sagen aus was für vollmacht ich das tue bekannte geschichte hier und da stellt er diese frage woher war die taufe des johannes war sie vom himmel oder von menschen wir haben vorhin gelesen ganz deutlich im lukasevangelium stand er hat von gott einen befehl bekommen natürlich haben das die pharisäer und schriftgelehrten logischerweise nicht geglaubt denn sonst hätten sie ja hätten sie sich ja taufen lassen müssen und auf diese situation geht jetzt jesus da kurz vor seinem tod ein und stellt ihnen diese frage hat der johannes einen göttlichen auftrag und einen menschlichen auftrag gehabt für seine verkündigung für sein wirken da heißt es da bedachten sie bei sich selbst und sprachen sagen wir sie sei vom himmel gewesen so wird er zu uns sagen warum habt ihr warum glaubt ihr ihm dann nicht sagen wir aber er sei vom menschen gewesen so müssen wir uns vor dem volk fürchten denn sie halten alle johannes für einen propheten ist das nicht bemerkenswert die schriftgelehrten wussten dass das ganze volk den johannes absolut als einen propheten anerkannt haben und ihn als einen propheten gehalten haben aber die schriftgelehrten offensichtlich haben alle zu tun gehabt um dem volk womöglich das auszureden aber zu dem zeitpunkt war es interessant haben sie sich nicht gewagt über johannes dem täufer eine negative aussage zu machen der zu diesem zeitpunkt nicht mehr gelebt hat also haben sie da irgendwo irgendwo angst gehabt über einen toten schlecht zu reden oder jedenfalls steht hier mehr sie fürchteten das volk denn das volk hielt ihn für einen propheten und jetzt haben sie entschieden so antwortete jesus und sprachen wir wissen es nicht haben sie zu jesus gesagt da sprach er zu ihnen so sage ich euch auch nicht was für vollmacht ich das tue und damit hat jesus natürlich dann erst recht wieder den den zorn der schriftgelehrten pharisäer irgendwo herausgefordert fast könnte man sagen wenn wir die geschichte dann weiterlesen aber doch sehr bemerkenswert dass wir hier einen ganz deutlichen hinweis haben dass doch viele menschen im volk an johannes den täufer geglaubt haben ihn als einen propheten gesehen haben aber die schriftgelehrten ihn abgelehnt haben ist das nicht auch eine parallele wo es stimmen könnte dass jesus wo jesus gesagt hat sie werden mit ihm tun was sie wollten wie sie es auch mit dem menschensohn tun würden dort kann man ja auch beobachten dass der großteil des volkes an ihn geglaubt hat und dass die pharisäer und schriftgelehrten die geistliche führung eigentlich alle hände zu tun hatte um das volk dann trotzdem noch irgendwo zu verführen dass sie jesus obwohl sie wussten dass er ein prophet ist und dass viele geglaubt haben dass auch der messias sein könnte der sohn davids dass ihn dann dort trotzdem kreuzigen das war ein phänomen dass man das hier in kürzester zeit offensichtlich geschaffen hat dass das möglich war aber es ist auch eine interessante geschichte die dahinter steht wie ist es aber dem johannes dem täufer gegangen in lukas kapitel 3 haben wir diese erwähnung in der nachdem hier johannes diese predigten dort hält und der lukas diese predigten berichtet lesen wir in lukas kapitel 3 ab vers 18 lukas 3 ab vers 18 da heißt es und mit vielen anderen mehr ermahnte er johannes der teufel also das volk und verkündigte ihm das heil herodes aber der für fürst da er von ihm zu recht gewissen ward um der herodias willen seines bruders frau und um alles üben willen das herodes dat legte zu allem auch noch johannes gefangen es ist sehr bemerkenswert hier wir haben in der im neuen testament keinen hinweis dass die schriftgelehrten und die pharisäer den johannes gehasst hätten und dass sie ihn irgendwie versuchten zu töten keine rede davon wie das aber bei jesus immer wieder der fall war johannes ist also nicht aufgrund des hasses der der schriftgelehrten und der pharisäer letztendlich ins gefängnis geworfen worden und dann getötet worden sondern weil er den mut hatte den könig herodes zu sagen dass er eine ungerechte also ein ungerechtes eheverhältnis hat also die frau seines bruders hat und das sei nicht richtig und aufgrund dessen wurde er dann in das gefängnis gesperrt und wir kennen dann die geschichte bei einer geburtstagsfeier wo dann die dochter der herodias den kopf des johannes gefordert hat und da wurde hat man wirklich mit johannes gemacht was man wollte und auf das nahm offensichtlich jesus hier bezug aber jesus fügte hinzu wie von ihm geschrieben steht und das haben wir maliache 3 23 gesehen wo der 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 elia angekündigt wurde aber da stand kein wort davon dass der elia leiden müsste und dass ein ähnliches schicksal erleben würde wie der messias den er vorbereitet der herr auf den er hingewiesen hat gibt es eine andere prophezeiung die vom johannes dem täufer spricht also wenn wir eine prophezeiung finden im alten testament oder wo geschrieben steht dass sie mit ihm machen würden was sie wollten dann können das nur prophezeiungen sehen wo von johannes dem täufer im alten testament geredet ist und wo man dann auch im neuen testament sehen kann dass sich diese prophezeiungen im alten testament da an johannes im neuen testament erfüllt haben da müssen wir uns diese prophezeiungen anschauen die zweite prophezeiung die es darüber gibt wo sein kommen angekündigt wird und was dann auch im neuen testament als eine erfüllte prophetie im zusammenhang mit dem auftreten des johannes gesehen wird ist im buch jesaja da haben wir eine zweite prophezeiung wo wir etwas darüber finden dass sich auf johannes bezogen haben sollte jesaja kapitel 40 ja schlagt diesen text auf wie wird euch bekannt sein und da lesen wir zunächst den vers 3 und bis zum vers 5 jesaja 40 3 bis 5 da heißt es es ruft eine stimme in der wüste bereitet den herrn den weg macht der steppe macht in der steppe eine ebene bahn unserem gott alle täler sollen erhöht werden und alle berge und hügel sollen erniedrigt werden und was uneben ist soll gerade und was hügelig ist soll eben werden denn die herrlichkeit des herrn soll offenbart werden und alles fleisch miteinander wird es sehen denn des herrn mund hat geredet jeder christ der bissel die bibel kennt und etwas die die zusammenhänge kennt und den johannes die geschichte von johannes dem täufer etwas kennt der wird wissen dass johannes der täufer die erfüllung dieser weissagung gewesen ist es ruft eine stimme in der wüste bereitet den weg des herrn also ganz klar dass man hier üblicherweise davon spricht dass das eine prophezeiung ist die sich auf johannes den täufer bezogen hat ist das wirklich so steht da was im neuen testament dass sich diese prophezeiung an ihm erfüllt hat die aussage ist sehr klar denn johannes selbst ist sehr bemerkenswert wenn wir johannes aufschlagen das buch also den den evangelisten johannes das johannes evangelium also im ersten kapitel gleich da haben wir schon die texte gelesen das letzte mal und das vorletzte mal habe ich euch aufmerksam gemacht auf die leute die da von den schriftgelehrten und von den juden zum johannes gesandt worden sind und von ihm wissen wollten wer er sei und warum er dort am lord an predigt und warum er tauft und erinnert euch johannes hat dort den leuten zur antwort gegeben als sie gefragt haben bist du der elia hat damit nein geantwortet hier lesen wir es noch einmal im vers 21 und sie fragten ihn bist du der elia er sprach ich bin es nicht bist du der prophet und er antwortete nein da sprachen sie zu ihm was bist du denn dass wir antwort geben denen die uns gesandt haben was sagst du von dir selbst und das ist eine wichtige aussage hier johannes wurde gefragt was sagst du von dir selbst was ist deine identität wie definierst du dich wer gibt dir und es wird ja noch im vers 25 noch gesagt er fragten ihn und sprachen zu ihm warum darfst du denn wenn du nicht der christus bist noch der elia noch der prophet also was war er denn im vers 23 gibt johannes der täufer eine ganz konkrete antwort er sprach ich bin eine stimme eines predigers in der wüste richtet den weg des herrn wie der prophet dieser gesagt hat also ihr seht johannes als er gefragt wurde wer wer sei hat sich nicht mit seinem namen vorgestellt ich bin johannes der täufer des saharias sohn oder so irgendwie sondern er sagt ich bin eine stimme hat sich mit einer prophezeiung definiert und hat sich mit einer prophezeiung selber in verbindung gebracht und hat damit zum ausdruck bringen wurden dass in ihm diese prophezeiung die in jeser 40 geschrieben steht sich erfüllt hat hat jesus auch so etwas gemacht sich selbst mit einer prophezeiung im alten testament identifiziert ihr kennt diese geschichte von jesus wie er in nazareth war und wo er dann die schrift bekommen hat und wo man ihm die schrift gereicht hat und er dann eine stelle aus dem propheten jeser gelesen hat wenn wir sie aufschlagen in lukas kapitel 4 lesen wir das da schlug er hat er das buch des propheten jeser aufgeschlagen lukas 4 vers 17 ja da war ihm das buch des propheten jeser gereicht und da er das buch auf da fand er die stelle da geschrieben steht der geist des herrn ist bei mir darum weil er mich gesalbt hat zu verkündigen das evangelium den armen er hat mich gesandt zu predigen die gefangen dass sie los sein sollen und den blinden dass sie sehend werden und den zerschlagen dass sie frei und ledig sein sollen zu verkündigen das gnaden ja des herrn und da schlägt er das buch wieder zu alle starren gespannt auf ihn was er jetzt sagen würde und da spricht er hier in gleich in dem nächsten text im verse 21 fing an zu sagen zu ihnen heute ist dieses wort der schrift erfüllt vor euren ohren also ihr merkt jesus hat den gleichen umgang mit der schrift gehabt als johannes er hat sich mit einer prophezeiung identifiziert und das war natürlich bei jesus ist da gleich ein hass entstanden die haben ihn gleich aufgrund dessen aus der synagoge geworfen weil er sich gewagt hat sich selbst als die erfüllung einer prophezeiung zu verstehen das ist interessanterweise nicht berichtet dass die die juden die schriftgelehrten die pharisäer das auch mit jesus gemacht haben dass sie jetzt da vorne geworden sind wie er das nur tun kann sie haben das einfach so stehen gelassen und wir lesen nirgends dass man ihn dort verfolgt hat und dass man gehindert hat seine seine arbeit weiter zu tun und zu taufen und trotzdem letztendlich über kurz oder lang so wie es jesus auch dann sagt hat man mit ihm getan was man wollte stand da etwas in dieser prophezeiung drinnen in jesaja wenn wir es ja 40 lesen diesen zusammenhang den wir jetzt dort gelesen haben da steht nicht ein wort von einem leiden des elia drinnen oder von einem sterben dass sie mit ihm tun würden was sie wollten dass ihn verwerfen werden wie sie das mit dem messias gemacht haben ist bemerkenswert dass auch dort keine stelle zu finden ist in lesen wir noch in lukas 3 gibt es eine weitere stelle wo johannes definiert wird im zusammenhang mit des herr 40 das ist jetzt nicht die aussage die johannes selbst über sich macht sondern die lukas dann im nachhinein also nachdem er sein evangelium geschrieben hat das wird 20 30 jahre nach dem tod des johannes des teufels nach dem tod jesu gewesen sein wo das lukas evangelium etwa geschrieben worden ist und da schildert lukas dass sich diese prophezeiung in johannes erfüllt hat lesen wir in lukas kapitel 3 noch einmal der vers 3 wo er sagt und er kam in das ganze land um den jordan und predigte die taufe der buße zur vergebung der sünden wie geschrieben steht in dem buch der reden jesaias des propheten der das sagt es ist eine stimme eines predigers in der wüste bereitet den weg des herrn und macht seine steige richtig alle und da habt ihr eine zusätzliche erklärung die johannes dort in seiner eigenen aussage nicht mehr hinzugefügt hat er hat nur nur gesagt ich bin die stimme eines predigers in der wüste wie der jesaias gesagt hat aber hier geht er lukas schreibt hier weiter und diese definition und sagt alle täler sollen erhöht werden und alle berge und hügel sollten erniedrigt werden und was krumm ist soll richtig werden und was uneben ist soll ebener weg werden und alles fleisch wird den heiland gottes sehen lukas zitiert also hier diese ganze jesaias stelle die wir vorhin gelesen haben und sagt hier ganz klar doch 30 jahre nachdem johannes bereits tot war und verworfen war von den juden sagt er immer noch dass diese prophezeiung des jesaias sich in johannes den täufer erfüllt hat und wir müssen aber fragen was ist wirklich in erfüllung gegangen von dem was dort in jesai 53 steht und was auch lukas hier zitiert ist durch diese stimme des predigers in der wüste die johannes hier war wirklich die täler erhöht worden und die berge erniedrigt wurden was krumm war es gerade geworden ein ebener weg und dass dann alles fleisch den heiland gottes gesehen hat genau so wurde es im alten testament also in jesai ja vorausgesagt und wenn wir diese wenn wir die tatsächliche geschichte lesen da müssen wir sagen johannes hat eigentlich nicht sehr viel den weg vorbereiten können und menschen bekehren können nicht wie wir das auch bei malachi dort haben das haben wir jetzt auch gesehen in diesem zusammenhang das war aber alles hier auch bei jesai ja prophezeit dass hier buchstäblich der weg vorbereitet werden sollte und das alles fleisch zu diesem zeitpunkt aufgrund dieses dieser wegbereitung des des der stimmen der wüste dann den herrn in seiner herrlichkeit sehen sollte in die auch in diesem text wie er jetzt merkt steht kein wort von einem leiden und von einer verwerfung dieses dieser stimme des predigers in der wüste dass der vorher leiden müsste und sterben müsste so wie das bei dem bei messias dort war obwohl jesus davon gesprochen hat dass das so sein würde dass das so gekommen ist wie sie das auch mit dem menschensohn gemacht haben wenn wir den text den jesai ja noch einmal aufschlagen dann müssen wir uns eigentlich die frage stellen in welchem zusammenhang hat denn jesai ja diese prophezeiung eigentlich wirklich gemeint wir haben es ja hier eigentlich das was wir bis jetzt gelesen haben aus diesem text mit einer prophezeiung zu tun die sich gar nicht wirklich erfüllt hat in seiner vollständigen form wie wir es hier gesehen haben wir sind es aber gewohnt wenn da prophezeiungen im alten testament stehen dass sie sich zu erfüllen haben wenn dem der prophet etwas vorausgesagt hat und dass die sache trifft nicht ein dann ist er ja normal ein falscher prophet wie ist das aber jetzt mit dieser prophezeiung von der stimme eines predigers in der wüste er konnte letztendlich die paaren wie sie gott machen wollte zur vorbereitung auf den messias und all das werk das hier beschrieben wird eigentlich nicht wirklich tun wenn wir jetzt den weiteren zusammenhang im jesai lesen dann sollten wir diese stelle ab vers 1 lesen denn das ist der zusammenhang in dem hier die prophetie gemacht wurde für die zukunft wann diese stimme eines predigers in der wüste eigentlich nach dieser weisagung wirklich kommen sollte schauen wir uns den text an hier da steht tröstet tröstet mein volk sprich gott der her redet mit jerusalem freundlich und predigt ihr dass ihre knechtschaft ein ende hat dass ihre schuld vergeben ist denn sie hat doppelte strafe empfangen von der hand des herrn für alle ihre sünden es ruft eine stimme in der wüste bereitet den herrn den weg macht der steppe eine ebene bahn unserem gott und so geht es dann weiter wir dürfen wenn wir das alte testament lesen nicht den fehler begehen dass wir einfach da eine stelle irgendwo aus einem zusammenhang eines kapitels herausreisen sondern es ist gut wenn wir das auch in dem zusammenhang lesen in dem das da hier steht im alten testament wenn wir diese diesen zusammenhang richtig verlesen dann werden wir merken hier sollte diese stimme eines predigers in der wüste eigentlich im zusammenhang mit dem ende der knechtschaft der israeliten in der babylonischen und der syrischen gefangenschaft kommen redet mit jerusalem freundlich das gehörte auch zu dieser stimme eines predigers in der wüste das dürfen wir nicht trennen und der johannes war ja jemand der mit jerusalem freundlich geredet hat und der jerusalem ja bekehren wollte er auch jesus hat mit jerusalem freundlich geredet und auch er wollte jerusalem zum heil führen zur buße bekehren das war ja er hatte praktisch das werk des johannes des teufels dann fortgesetzt wir werden das noch uns genauer ansehen ja aber hier in diesem zusammenhang heißt es hier redet mit jerusalem freundlich und predigt ihr hier kommt etwas vom inhalt der predigt die teil dieser vorbereitung auf das kommen des messias letztendlich auch sein sollte predigt ihr dass ihre knechtschaft ein ende hat dass ihre schuld vergeben ist denn sie hat doppelte strafe empfangen von der hand des herrn für alle ihre sünden jetzt müssen wir fragen wovon ist da die rede von welcher doppelten strafe hat jerusalem oder ist davon welche doppelte strafe hat jerusalem bekommen wodurch wurde ihre schuld vergeben warum ist ihre schuld vergeben worden das hängt hier eben mit dieser zeit der juden vor der babylonischen gefangenschaft zusammen wo sie sich sehr gegen gott versündigt haben wo dann das gericht gekommen ist und sie in die gefangenschaft gehen mussten und dort hat gott gehofft dass israel sich bekehren wird dass durch das was sie dort dann erleiden und was sie da in jerusalem erlitten haben die heimat vertrieben kinder und eltern zerrissen viele menschen umgekommen und in großer not dass sie dann endlich drauf kommen dass sie hier gegen sich gegen gott versündigt haben und dazu sollte auch eine stimme eines predigers in der wüste die israeliten ja warne hier in der gefangenschaft in der wüste babylons nicht und verstreut in alle lande und dort hat gott auch zu ihnen geredet nicht erst durch johannes den täufer sondern eigentlich schon durch propheten vorher hat er immer geredet mit jerusalem und mit den juden freundlich um ihnen vergebung der schuld anzubieten und ihr merkt das ist ja auch die botschaft des johannes des täufers gewesen wir werden uns die frage dann noch stellen wenn wir das thema weiter führen ob denn johannes wirklich der einzige wegbereiter des herrn war in der geschichte israels wir werden darauf kommen dass wir das nie so sagen können es ist sehr bemerkenswert dass in weit von von diesen stellen hier von aus dem buch jesaja wo es um verheißungen ging die sich gleich nach der rückkehr der juden aus babylon erfüllen sollten oder sehr bald danach nicht sind der verheißungen gegeben worden dass die stadt wieder aufgebaut werden würde und dann würde der gesalbte kommen ja das sind ja hinweise bei daniel ist eine lange zeit vorausgesagt gewesen aber bei den anderen propheten ist eigentlich die zeit wo dann jerusalem wieder in frieden sein würde er sehr kurz und sehr bald dargestellt wie wir das letzte mal auch schon angedeutet haben und ich habe da eine interessante prophezeiung eine interessante aussage gefunden bei bei ellen weid und zwar eine aussage die im zusammenhang steht mit jesaja 27 schlag doch mal auf jesaja 27 da geht es auch hier um eine prophezeiung die für israel nach der babylonischen gefangenschaft sich erfüllen sollte in meiner bibel ist jesaja 27 interessanterweise überschrieben israels erlösung also da geht es auch um die erlösung israels wenn ihr aber den zusammenhang lest in das ganze kapitel lest dann werdet ihr merken hier geht es eigentlich um die rückführung der juden aus der babylonischen gefangenschaft und das wird hier ja auch als erlösung verstanden ja das kommen würde aber das geht dann natürlich weit darüber hinaus jesaja 27 da heißt es hier ab vers 4 vielleicht lesen wir ich zürne nicht sollte aber disteln und dornen auf schießen so wollte ich über sie her fallen und sie alle miteinander anstecken es sei denn sie suchen zuflucht bei mir und machen frieden mit mir ja frieden mit mir wird wiederholt es wird eins dazu kommen sagt jetzt hier dieser text dass jakob wurzeln und israel blühen und grünen wird dass sie den erdkreis mit früchten erfüllen und wenn ihr den text weiter lest dann werden wir merken hier ist auch von einer strafe die rede von einer sühne von vergebung der schuld die israel empfangen wird wenn wir vers 7 lesen wird doch israel nicht geschlagen wie seine feinde geschlagen werden und nicht getötet wie seine feinde getötet werden sondern indem du es wegschickt ist und weg führt ist hast du es gerichtet es verscheucht mit trau im sturm am tage des ostwindes also dort haben sie diese strafe bekommen von der auch jeser in jeser 40 dort die rede ist darum wird die sünde jakobs dadurch gesünd werden und das wird die frucht davon sein dass seine sünden weggenommen werden er wird alle altar sterne zerstoßenen kalksteine und gleich machen und keine bilder der aschera noch rauch opfersäulen werden bleiben denn die feste stadt in einsam geworden die schönen häuser verödet und verlassen wie die steppe das kälber dort weiden und ruhen und zweige fressen ihre zweige werden vor dürre brechen dass die frauen kommen und feuer damit machen werden denn es ist ein unverständliches volk da habt ihr auch diesen gedanken der wüste israel war in der wüste in der zerstreuung das land zu hause ist verwüstet worden und da kam dann irgendwo eine stimme in der wüste auch damals in der gefangenschaft schon und die dann dazu führte dass das volk gesammelt wurde und wieder zurück nach hause gebracht wurde und ich habe zu dieser stelle hier in dem buch propheten und könige bei allen weit eine interessante stelle gefunden auf seite 496 könnt ihr dann eine ganze seite darüber lesen wo sie da sehr ausführliche spricht und da sagt sie hier von dieser segensverheißung das sind drei segensverheißungen und eine davon ist sehr sehr 27 6 eine weiteres erste mose 12 2 wo gott dem abraham angekündigt hat dass ein segen für alle völker sein sollte und da sagt in weit hier in diesem zusammenhang diese segensverheißung hätte sich schon in großem ausmaß während der jahrhunderte erfüllen sollen die auf die rückkehr der israeliten aus den ländern ihrer gefangenschaft folgten gott beabsichtigte schon damals gleich also nach der rückkehr aus der babylonischen gefangenschaft die ganze erde auf das erste kommen auf die erste ankunft christi vorzubereiten genauso wie heute der weg für sein zweites kommen geebnet wird wenn wir jetzt überlegen und die frage stellen seit wann wird denn jetzt schon ein ein evangelium verkündigt seit wann wird denn jetzt schon gepredigt dass jesus wiederkommen wird seit wann wird denn oder hat denn gott wollen dass die wiederkunft jesus oder dass der weg für die wiederkunft jesus vorbereitet werden sollte wenn wir die antwort darauf wissen wollen dann müssen wir sagen seit jesus auferstanden ist und wieder zurück in den himmel gegangen ist nach seinem tod nach seiner verwerfung haben die jünger angefangen über sein wiederkommen zu sprechen jesus hat ihnen vor seinem tod schon gesagt dass er wiederkommen würde und seither hatten leute den auftrag den weg für das zweite kommen jesu vorzubereiten wir können nicht sagen dass erst die menschen oder die gemeinde am ende der zeit die gemeinde sein wird die den weg für das kommen des herrn vorbereitet im rückblick gesehen und auch im vorausblick aus neutestamentlicher sicht sollte diese wegbereitung durch das ganze neue testament gehen wenn das so war im neuen testament da müssten wir fragen war das auch im alten testament so oder sollte wirklich erst johannes der erste wegbereiter eine stimme in der wüste sein die das volk zur umkehr ruft dass sie sich vorbereiten auf das kommen des messias dann müssen wir sagen alle die texte die hier auch im jesaja stehen jesaja 40 und den den wir jetzt gelesen haben sind alles texte die eigentlich sich schon in der schon längst gleich nach der rückkehr aus der babylonischen gefangenschaft erfüllen sollten gott er hatte mehrere stimmen gehabt die das volk zur umkehr gerufen haben doch was wurde daraus interessant ist jesaja 40 fängt mit der aussage an tröst es tröstet mein volk da geht es um den trost um dieses element um diese ganze besondere botschaft des trostes und jetzt müsste man sich fragen ja in welcher situation sollte denn das volk getröstet werden letztlich auch durch diese stimme eines predigers in der wüste johannes wenn wir seinen auftrag richtig verstehen dann müssen wir doch auch erkennen wir werden das dann auch noch sehen das sollte ja auch eine trostbotschaft für das volk sein denn johannes sollte ja das volk das jahrhunderte gewartet hat auf den messias trösten dass nun die zeit für das auftreten für das kommen des messias gekommen ist und dass ihre knechtschaft unter der sie ja dann noch immer standen nun waren sie ja nicht nur nicht von der knechtschaft babylon sind sie befreit worden und dann kam die persische zeit da wurden sie in der zeit der berser ja ziemlich befreit von dieser knechtschaft aber als die griechen kamen kamen sie wieder unter das joch und als die römer kamen kamen sie erst recht wieder unter das joch also kamen sie wieder in eine in eine gefangenschaft und eine unterdrückung und da war aber immer im alten testament der trost israels angekündigt und das war auch hier wenn wir den einen eine andere stelle aufschlagen und zwar in jeser 52 jeser 52 ein 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 ganzes kapitel hier das wir haben wo ebenfalls dieser weg vorbereitet wird für das kommen des herrn im alten testament steht er nicht von einer wegbereitung für des wiederkommens des herrn sondern es steht immer die die wegbereitung für das kommen des herrn von einem zweiten kommen ist eigentlich nicht die wirklich die rede schlagen wir auf also jeser kapitel 52 vers 1 da heißt es wach auf wach auf ziehung sie an deine stärke schmücke dich herrlich jerusalem du heilige stadt denn es wird hinfort kein unbeschnittener und unreiner zu dir hineingehen schüttle den staub ab steh auf jerusalem du gefangene mach dich los von den fessel deines halses du gefangene dochter zion denn so spricht der herr ihr seid umsonst verkauft ihr sollt auch ohne geld ausgelöst werden das heißt ihr seid umsonst nach babylon verkauft worden in die gefangenschaft verkauft worden umsonst sollt ihr von dort auch ausgelöst das heißt befreit werden hier ist dieser gedanke des auslösens der lösung eigentlich ein hinweis auf dieses diese befreiung aus babylon aus dieser babylonischen gefangenschaft so spricht gott der herr mein volk zog einst hinab nach ägypten dass es dort ein fremdling war auch assur hat ihm ohne grund gewalt an getan also immer wieder kam das volk in solche situationen aber nun was habe ich hier zu schaffen spricht der herr mein volk ist umsonst weggeführt seine tyrannen prahlen spricht der herr mein name wird immer den ganzen tag gelästert dort im fremden land darum soll an jenem tag mein volk meinen namen erkennen dass ich es bin der da spricht hier bin ich und dann heißt es weiter für sieben wie lieblich sind auf den bergen die füße der freudenboten die da frieden verkündigen gutes predigen heil verkündigen die da sagen zu sehen dein könig ist gott oder dein gott ist könig deine wächter rufen mit lauter stimme und rühmen miteinander denn alle augen werden es sehen wenn der herr nach zion zurückkehrt und jetzt kommt diese trostbotschaft seid fröhlich und rühmet miteinander ihr trümmer jerusalem denn der herr hat sein volk getröstet und jerusalem erlöst der herr hat offenbart seinen heiligen arm vor den augen aller völker das aller welt enden sein sehen das heil unseres gottes jetzt könnte man meinen dass von der wiederkunft jesu vom ende der rede aber wenn wir weiter lesen dann hat das nichts mit dem zu tun sondern hier steht weichet weichet zieht aus von dort und rühret nichts unreines an geht weg aus ihrer mitte reinigt euch dir des herrn geräte tragt denn ihr sollt nicht in eile ausziehen und den hast entfliehen denn der herr wird vor euch herziehen und der gott israels den zug beschließen das war eine trostbotschaft des jesaja wo er schon voraus gesagt hat bevor israel in die gefangenschaft gekommen ist dass er eine stimme haben wird dass er freudenboten haben werden haben wird die das volk trösten werden dass ihre knechtschaft ein ende haben wird und all diese prophezeiungen von denen sagt eben weit wenn ihr dieses kapitel lest ja hier noch einmal die zeitenangabe propheten und könige auf seite 496 lest den ganzen zusammenhang da bringt sie sogar das was wir heute in die unserer zeit machen die weltweite verkündigung die heute stattfindet bringt sie dort in diesem buch in diesem kapitel mit den segensverheißungen in verbindung die sich schon damals vor oder gleich nach der rückkehr aus der bayerischen gefangenschaft erfüllen hätten sollten und erst recht dann zur zeit des johannes wenn wir jetzt die jesai 52 lesen was für ein wunderbares heil hier angekündigt worden ist dass die ganze welt die herrlichkeit des herrn sehen sollte und da muss man fragen aber was ist daraus geworden nach jesai 52 kommt gleich das kapitel 53 aber wenn wir in vers 13 weiterlesen da ist sie mein knecht meinem knecht wird es gelingen er wird erhöht und sehr erhoben sein da ist auch noch von einem erhobenen knecht die rede aber wenn man dann weiter lässt dann kommt diese erniedrigung des knechtes des herrn das leidens kapitel von jesus da folgt dann jesai 53 wo dann steht er war der allerverachtete der der unwertste voller schmerzen und krankheit dass man sein angesicht vor ihm verbarg wie es in jesai 53 vers 3 heißt darum haben wir uns haben wir für nichts geachtet ist das nicht bemerkenswert hier in diesem zusammenhang wo auf der einen seite von der wegbereitung steht von freudenboten die jerusalem das heil ankündigen und das ende der gefangenschaft was auch im zusammenhang mit der stimme eines predigers in der wüste in dieser 40 steht da lesen wir nirgends dass dort dieser wegbereiter dem leiden ausgesetzt sein würde wir lesen nur von dem großen erfolg den er haben wird und dass er den weg vorbereiten wird dass er die täler erhöhen wird und die berge erniedrigen wird das heißt alles was hoch ist soll erniedrigt werden und was niedrig soll erhöht werden das kann man auch geistlich verstehen und wir merken dass johannes der täufer das alles nicht erlangt hat aber nirgends steht dass seine aufgabe scheitern würde hier im zusammenhang aber kommt der messias zum ausdruck und von dem wird sehr wohl gesagt dass er leiden würde wie kann also jesus dann letztendlich sagen dass dem elia es gleich gehen würde wie dem wie ihm das also der johannes der täufer wie von ihm geschrieben steht dass er leiden würde wie er selbst der messias gelitten hat da muss man sich fragen ja sollte sich das was johannes als aufgabe von gott bekommen hat erst nach seiner verwerfung erfüllen musste musste also johannes der täufer der wegbereiter vorher verworfen und getötet werden so wie das bei jesus dann gemacht worden ist damit sich die weissagungen die von dem großen erfolg seines wirkens sprechen sich erst erfüllen können diese frage werden wir das nächste mal beantworten und wir werden in diesem thema weitergehen wir werden uns das nächste mal im neuen testament noch einmal anschauen was wir dort finden über das was zeitgenossen von johannes dem täufer über ihn noch geglaubt haben was jetzt für eine zeit angebrochen ist in die er gekommen war und was diese leute vom trost israels damals verstanden haben wie diese prophezeiungen im alten testament und ihr könnt das für euch einmal durchlesen geht einmal so von jesai 40 bis 60 62 ein bisschen durch und achtet dort darauf besonders im buch jesai wie oft hier vom trost die rede ist wie gott sein volk trösten wollte und johannes war einer davon der letzte prophet der nach jesai gekommen ist und der vor dem messias gekommen ist der von gott gesandt wurde sein volk zu trösten und in diesem zusammenhänge wo davon trost die rede ist werden wir nirgends einen text finden wo der der wegbereiter als tröster für das volk dann dem leiden und dem sterben ausgesetzt sein sollte wie ist also diese diese aussage jesu dann zu verstehen worauf hat sich da jesus dann bezogen dass er leiden sollte gleich wie er gelitten hat wichtige frage der wir weiter in unserem nächsten thema nachgehen wollen möchte hier zum abschluss kommen sicherlich viel an gedanken die wir hier miteinander nachgedacht haben viele bibelstellen lest sie für euch nach die zusammenhänge es geht einfach darum dass wir die geschichte israels nicht nur aus neutestamentlicher sicht studieren sondern dass wir die geschichte israels auch aus alttestament der geschichte und prophetie heraus betrachten nämlich was hat gott wirklich für einen plan gehabt was hat gott für eine absichten gehabt mit israel mit den propheten auch mit dem wegbereiter und mit dem messias und was ist letztendlich daraus geworden möge gott uns helfen dass wir aus dieser geschichte wirklich lernen das richtige die richtigen schlussfolgerungen zu ziehen für unser eigenes leben dass wir nicht zu ihnen gehören die den propheten den worte gottes ungehorsam sind und damit eigentlich mehr und mehr das kommen des herrn eher noch verzögern als es zu beschleunigen möge gott uns helfen dass wir dieses verständnis bekommen auch im studium dieser prophezeiungen lasst uns noch beten miteinander lieber vater im himmel wir sind dir wieder dankbar dass du uns dein wort vor augen gestellt hast dass wir erkennen konnten wie dein volk in der vergangenheit immer wieder den worten der propheten widerstanden hat und welche folgen daraus entstanden sind wie weit das heil dass du ihnen sehr nahe versprochen hast sich hinausgezogen hat und wie viel elend und not über dieses volk aber auch über diese welt bis heute herein gebrochen ist es war nie deine absicht nie dein wille dass menschen und im auserwählten volk sogar mit deinen boten die du gesandt hast mit einer wichtigen botschaft so umgehen wie sie es getan haben und letztendlich auch mit dir der du selbst all dieses leid mitgetragen hast und miterlebt hast lass uns aufblicken auf dich und auch bereit sein ebenfalls den weg des leides zu gehen wenn es darum geht für dich zu leiden für dich zur wahrheit zu stehen und auch die botschaft zu verkündigen die du uns auch für diese letzte zeit gegeben hast danke dass du uns auch weiterhin darin begleiten möchtest in jesu namen amen gut damit möchte ich mich wieder verabschieden sende noch einmal liebe grüße aus dem sonnigen süden auch wenn es ein bisschen regnerisch ist jetzt und ich wünsche euch eine gute nacht und bis zum nächsten mal sehen wir uns wieder und wenn euch irgendwelche gedanken kommen die wert sind dass wir sie hier einbringen auch dann lasst mich das auch irgendwo auch wissen gott segne euch und auf wiedersehen bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal